BVB Total im Doppelpass mit der Telekom Was habt ihr in diesen Tagen jetzt getan, um dieses Thema anzugehen und wie optimistisch bist du, dass es auch in der Rückrunde dann deutlich besser wird? Ja, ich bin sehr optimistisch, weil wir haben viele neue Spieler gehabt am Anfang der Saison, viele junge Spieler und dazu kamen dann noch die vielen Verletzten. Also es war schwierig sich da oder manchen Spielen schwierig sich darauf einzustellen, aber wir haben jetzt in der Zeit hier die Zeit genutzt, um miteinander zu sprechen, miteinander unsere Idee mitzuteilen und dass wir da natürlich in der Rückrunde gefestigter sind. Und ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass wenn wir fit bleiben, wenn wir zusammenbleiben, dass wir da auf jeden Fall auf einem neuen Level dann in der Rückrunde spielen werden. Würde ich nochmal nachhaken, weil gerade in der Defensive ist ja wichtig eingespielt zu sein, jetzt hast du gerade gesagt, ihr sprecht viel. Wie viel passiert denn auf dem Trainingsplatz und wie viel jetzt wirklich sprechen, um sich aufeinander abzustimmen? Ja, es gehört beides dazu. Klar, auch auf dem Trainingsplatz, da gibt es dann die kurzen Kommandos, aber auch außerhalb dem Trainingsplatz, dass man sich mal zusammensetzt, dass man auch als gesamte Mannschaft oder auch mal nur die defensiven Spieler sich mal zusammensetzen und miteinander sprechen. Und auch da einfach auszutauschen, wie die Situationen waren, wie der eine das gesehen hat, wie der andere sich verhalten hat. Und das gehört einfach dazu, das ist ganz normal. Und ja, jetzt hoffen wir natürlich, oder ich bin sehr zuversichtlich, dass es auch besser wird. Ist in Richtung Bayern und Leipzig noch was drin für euch? Ja gut, unser Ziel bleibt unverändert. Die direkte Champions, die Quali. Wir wissen, dass es viel aufzuholen gibt, aber wir sind selbstbewusst genug, um uns das vorzunehmen, um das auch zu schaffen. Und von dem her wird man sehen, wie weit es nach oben geht. Aber wir schauen jetzt eher nicht auf die anderen. Wir müssen auf uns schauen, wir müssen unsere Punkte holen und eine kleine Aufwahljagd starten. Und dann ist es egal, was die anderen machen. Dann werden wir unsere Punkte holen und unsere Ziele erreichen. Gestern sind ein paar Spieler mal am Boden gelegen. Pulisic musste sich mal länger behandeln lassen. Sokrates hat es mal erwischt, Emre Mohr, Durm. Alle haben mal auf die Socken bekommen. Weht jetzt ein bisschen rauerer Wind. Also hat der Konkurrenzkampf, wo jetzt ja praktisch alle dabei sind, auch aus deiner Sicht so richtig begonnen? Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, der Konkurrenzkampf ist schon seit Sommer da. Es ist einfach die gleiche Intensität wie sonst auch. Aber es war halt in den vielen englischen Wochen zum Teil nicht möglich, viel zu trainieren oder oft zu trainieren. Und ich glaube, das tut uns sehr, sehr gut, das Trainingslager jetzt mit den vielen Trainingseinheiten, um unsere Spielidee weiter besser abzustimmen. Und da auf ein neues Level zu kommen, weiter voranzukommen. Und dann kann es natürlich auch mal sein, dass es mal kracht. Aber von dem her kann man, ich glaube, dass es niemand absichtlich macht und dass alle so in Ordnung sind, dass man das auf keinen Fall absichtlich macht. Und da gibt es natürlich auch immer noch mehr. Und dann, weil man natürlich nicht mehr so in Ordnung ist. Aber es wird ja auch sein, dass man da die Socken und dass man sich nicht mehr da macht. Und dann kann man das einmal nachvollziehen. Und dann kann man den Moment mal wieder auf sein. Und dann kann man das eben auch mal aber auch immer mehr machen. Und dann kann man das auch nicht mehr so in Ordnung sein. Vielen Dank.